Hallo Leute, heute will ich ein Video von den WM-Karten euch mal zeigen. Hier habe ich schon... Sie sind nämlich zum Tauschen, weil das sind meine Doppelten. Hier. Jetzt fange ich gleich mal an. Hier sieht man eigentlich hier die schöne Karte hinterher. Hier sieht man Claudio Bravo von Chile der Torwart. Ich lasse jetzt einfach mal schnell durchgehen. Ihr könnt ja dann lesen, wenn ihr jemanden braucht. Und los geht's. Ups, hier ist ein Multiplayer. Ups, das ist da mitgekommen. Das ist ein Russe. Ups, noch einer. Ein Multiplayer. Die kleben so aneinander. Jetzt kommen wir gleich zu meinen Glitzer-Karten. Oder besser gesagt... Zu meinen besonderen Karten. Die sind besonders... Der New World Bag. Einfach auf Stop drücken, wenn ihr euch einer gefällt. Und es geht los. Hier. Ein One-To-Watch-Spieler. Kommt hier. Ein Defensive Frog. Von Frankreich. Hugo Lewis. Der Torwart von Frankreich. Hier. Philippe Caicedo von Ecuador. Ist ein One-To-Watch-Spieler. Dann hier. Kommt London. Down, Norwalk. Ist von den USA. Dann hier. Ein Game Changer von Argentinien. Kommt zu Higuain. Eine Limited Edition. Samuel Eto. Spielt bei Kamerun. Kamerun. Cristiano Ronaldo. Ein Starspieler. Player. Hier. Manuel Neuer. In Goldstopper. Deutschland. Hier. Und eine Double Trouble. Double Trouble. Lionel Messi und Sami Auguro. Ja. Es würde mich freuen, wenn es ein Like, Abo oder einen Kommentar gibt. Und wenn ihr welche braucht oder noch nicht habt. Einfach in den Kommentaren schreiben. Den Namen. Zum Beispiel hier. Sami Auguro und Lionel Messi. Dann weiß ich schon. Einfach sagen. Und. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.